Wiedersehen bei der Search. Stuttgart sichert sich Homegrown-Talente. Der Vertrauensbeweis St. Robinson bleibt ein Raven. Und einer für alle, alle für Paris, unser Musketeers-Report. Das alles und vieles mehr gibt es jetzt in der ELF News Zone. Die ELF News Zone. We're passing mid-Football. Herzlich willkommen, liebe Football-Fans, liebe ELF-Fans. In der vergangenen Woche hat sich wieder einiges an Informationen, Signings und News aufgestapelt. Es ist Zeit, das alles aufzuarbeiten. Los geht's. Der Vize-Champion von 2023, die Stuttgart Search, hat in den vergangenen Tagen und Wochen hochkarätige Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Nun hat Head-Coach John Newman drei für die Search-Fans gute alte Bekannte mit einem Vertrag ausgestattet. Nathan Kalemba-Members kehrt zurück nach Hause nach einer Saison bei den Munich Ravens, zieht es den Offense-Lyman wieder in die Heimat. Dies ist jedoch nicht sein erstes Engagement im Schwabenland. Der 24-Jährige lief bereits 2022 für die Search auf. Levin Liebenow kehrt für eine zweite Saison zurück ins Raster der Stuttgarter. 2023 im Tryout entdeckt, galt es in seiner Rookie-Saison zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Fünf Spiele absolvierte der erst 23-Jährige in seiner Debütsaison. Mit 15 Rushes steuerte der Running Back dabei 65 Yards bei. Die zweite Verpflichtung für das Offense-Backfield ist ebenfalls ein Wiederkehrer. Fullback-Maximea Mehrwert unterschreibt auch 2024 bei den Stuttgartern und geht somit wie sein Kollege Liebenow in seine zweite ELF-Saison. Vor seinem Engagement bei der Search spielte Mehrwert bei den New Yorker Lions in der GFL. Mit den Braunschweigern gewann er sowohl vier German Bowls als auch vier Euro Bowls. Klar, in dieser Sammlung, da fehlt noch was. Und ein Stuttgarter Spieler hat auch noch von sich reden gemacht. Der Stuttgart-Search-Offense-Lyman Luca Jokiel wird am NFL Pro Day 2024 der Houston Christian University teilnehmen und dort vor Scouts der NFL sein Talent unter Beweis stellen. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde Luca zu den Combines des International Pathway Program der NFL eingeladen. Die gesamte Search-Organisation hat Luca Jokiel auf seinem Weg unterstützt und intensiv mit ihm daran gearbeitet, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wir wünschen Luca viel Glück. Wir bleiben noch im Süden Deutschlands und blicken zu den Munich Ravens. Das Münchner Franchise hat mit Darius St. Robinson verlängert. Der aus Georgia stammende Cornerback und Return-Spezialist war 2023 der erste Spieler überhaupt, den die Ravens in ihrer Franchise-Geschichte unter Vertrag genommen haben. Leider verletzte sich der DB so schwer, dass er nur ein Spiel in der Debüt-Saison der Ravens bestreiten konnte. Der 32-Jährige ist ein Clemson-Absolvent, hat also auf höchstem College-Niveau Football gespielt. In Europa hat er schon für die New Yorker Lions, Swarco Raiders, Las Rosas Black Demons und Voslov Panthers auf dem Feld gestanden. St. Robinson bedankte sich anlässlich der Vertragsverlängerung ausdrücklich für das Vertrauen der Ravens und die Unterstützung während seiner Verletzung. Die berühmteste Neuverpflichtung der Ravens ist jedoch ohne Frage Hall-of-Fame-Mitglied Joe Thomas. Der Markenbotschafter und O-Line-Coach der Münchner gibt nun sein Wissen an alle Interessierten weiter. In Zusammenarbeit mit dem Bavarian American Football Academy e.V. steigt am 20. April das Joe Thomas O-Line-Camp 2024 in der Sportschule Oberhaching. Das Camp ist speziell auf Offense-Line-Spieler ab 17 Jahren ausgerichtet. Auch Coach können aber selbstverständlich teilnehmen und vom Wissen des wohl besten Left-Tackle in der Geschichte unseres Sports profitieren. Unterstützt wird Joe Thomas von vielen Coaches und Offense-Linemen der Munich Ravens. Alle Informationen rund ums Joe Thomas O-Line-Camp findet ihr auf der Homepage der Munich Ravens. Die Raiders Tirol haben offiziell drei Rückkehrer willkommen geheißen. Thomas Langecker kehrt zu den Raiders Tirol zurück. Der Tiedent war bereits 2022 Teil der European League of Football-Mannschaft. Nach einer einjährigen Pause will der Tiedent jetzt noch einmal richtig angreifen. Auch Julian Perfler trägt weiterhin Silber und Schwarz. Der Linebacker geht in seine dritte ELF-Saison. Perfler schlosslich 2010 den Swarco Raiders Tirol an und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Tiroler. Mit dem Herren-Team gewann Perfler zerreiche nationale und internationale Titel. Seit 2022 steht der mittlerweile 26-Jährige im Kader der Raiders Tirol in der ELF. Im vergangenen Jahr kam er aufgrund von einer Verletzung nur in einem Spiel für vier Tackle zum Einsatz. Auch Routinier Philipp Löffelberger kehrt zu den Raiders Tirol zurück und geht in seine erste volle ELF-Saison. Der Defense-Lineman war schon in den vergangenen zwei Jahren Teil der Raiders, spielte aber noch zusätzlich in der Australian Football League für die Salzburg Ducks. So, jetzt gibt es zwei Meldungen zum so beliebten Thema Stadien. Die Hamburg Sea Devils verkünden, dass für das Heimspiel im Wohn-im-West-Weser-Stadion in Bremen bereits 7.500 Tickets verkauft wurden. Anfang des Monats waren es noch 5.000. Die gemeinsame Werbeaktion mit Werner Bremen ist also richtig gut gelaufen. Am 2. Juni treffen die Sea Devils in Bremen auf die Paris-Masketeers. Ebenfalls ein Stadion-Thema stand bei der katalonischen Franchise Barcelona Dragons an. Am Mittwoch gaben diese bekannt, dass sie 2024 im Estadi Municipal Badalona ihre Heimspiele austragen werden. Das städtische Stadion von Badalona ist ein Fußballstadion, ca. 11 Kilometer nördlich von Barcelona. Das Stadion wurde 2017 eröffnet und bietet Platz für 4.000 Zuschauer. Am 1. Juni 2024 starten die Madrid Bravos mit einem Heimspiel passenderweise gegen die Barcelona Dragons in ihr Abenteuer European League of Football. Leise war es um die Bravos nun wirklich nicht, denn in den vergangenen Wochen immer wieder konnten die Spanier spektakuläre Verpflichtungen verkünden. So wird Willy P., William Patterson in der kommenden Saison Pässe von Chris Helbig fangen. Jalen Embry und Luke Lennart sind ebenfalls gute Bekannte für die ELF-Fans. Einer, auf den das selbstverständlich auch zutrifft, ist Jean-Claude Martin Cereso. Der hat mir bei Opu Meets von seinen ersten Eindrücken von seinem neuen Club Madrid Bravos berichtet. Der erste Eindruck war einfach nur wow, also super professionell. Das war eigentlich schon Mitte Oktober, nach dem Urlaub irgendwie, haben sich dann gemeldet und haben mir das ganze Projekt irgendwie vorgestellt. Und ich war echt so wow, krass. Also der Businessplan dahinter war schon richtig beeindruckend. Genau, und dann auch die Strukturen, die sie geschaffen haben, die Art und Weise, wie sie quasi das Team rekrutiert haben und so. Top notch. In Hamburg aufgewachsen, somit gilt der Wide Receiver bei den Bravos als E-Import, obwohl er Spanier ist. Ist das jetzt sowas wie Auswandern in die Heimat? Nein, also meine Heimat ist auf jeden Fall Hamburg, wird es immer bleiben. Genau, es fühlt sich quasi eher so an wie eine Zeit lang oder ein längerer Urlaub oder längerer Urlaubsaufenthalt. Wie gesagt, also für mich war nach Spanien gehend immer Urlaub mit der Familie sein und es war nie irgendwie Auswandern oder so. Also als ich klein war, klar, wollte ich irgendwie immer nach Spanien und da sein, weil da war es immer warm. Da gab es immer irgendwie viele Kekse von der ganzen Familie und sonst was, viele Süßigkeiten. Sachen, die du in Hamburg halt nicht gekriegt hast. Aber ich war halt immer im Urlaub da, also deswegen, ich habe das Leben so an sich nie da wirklich mitgekriegt. Genau, von daher ist jetzt gerade eher so, ja, länger Urlaubsaufenthalt so. Aber klar, ich konnte ihn natürlich nicht aus der Sendung entlassen, ohne zu erfahren, was erwartet er persönlich von sich und vom Team in Jahr 1 in der European League of Football. Also das letzte Mal ist ich irgendwie rangegangen und gesagt, ich will irgendwie so viele Yards, ich will irgendwie so viele Touchdowns und ich will irgendwie Luke of the Year werden. Und sowas war 2012 in Mexiko und das war eine gute Saison, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Genau, und dann 2013 war mein Approach zu sagen, ey, ich will einfach nur jedes Spiel spielen. Also heil bleiben und jedes Spiel spielen. Und mit dem Approach bin ich halt seitdem gefahren und das ist die beste Möglichkeit, das zu machen. Ich vertraue, das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an so, aber ich vertraue mir, ich vertraue das, was ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe, was ich in dieser Vorbereitung gemacht habe. Das heißt, für mich ist weiterhin das Wichtigste, einfach heil gesund zu bleiben, durch die Saison zu kommen. Und dann kann jedes Spiel, kann ich, also bin ich in der Lage, irgendwie was zu reißen. Seit dieser Woche wissen wir auch, wie die Trikots der Madrid Bravos aussehen werden. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Look der Spanier findet. Würde mich echt interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Die komplette Episode von Opomids mit Jean-Claude Martin Cereso findet ihr im Football-TV-Kanal auf YouTube. Die Paris-Masketeers haben das mit der Premieren-Saison der ELF schon hinter sich. 2024 geht's in Paris in die zweite ELF-Saison. Klar, Offensivkräfte wie Anthony Mahongo, Seth Edwards oder Austin Mitchell lassen einiges vom Angriff der Franzosen erwarten. Mein Kollege Daniel Lercher hat jedoch einige Punkte gefunden, die in der Pariser Defense mehr als nur beachtenswert sind. Unser Musketeers-Report. Herzlich willkommen zum Musketeers-Report. Im vergangenen Jahr feierten die Paris-Masketeers ihre Debüt-Saison in der European League of Football. Platz drei in der Western-Konferenz und ein mit 6 zu 6 ausgeglichener Rekord, so die Saisonbilanz. Die Playoffs wurden zwar verpasst, aber gerade gegen Ende der Spielzeit zeigten die Musketeers richtig guten Football. Für 2024 haben sich die Franzosen mächtig verstärkt. In der Defensive feilen die Musketeers mit Hochdruck an einem Linebacker-Core, das seinesgleichen sucht. Jordan Genmarquise ist die neueste Verpflichtung der Pariser. Der heute 26-jährige Schwede spielte College-Football auf höchstem Niveau. Bei den Notre Dame Fighting Irish verbrachte er drei Spielzeiten, bevor er für sein Seniorjahr an die UCLA wechselte. Für die Bruins bestritt der 1,90 Meter und 105-Kilogramm-Linebacker alle zwölf Spiele der Saison 2021. Es folgte die Einladung zum Rookie-Minicamp der Kansas City Chiefs. Er spielte bei den Philadelphia Stars in der USFL und den Saskatchewan Roughriders in der CFL. Erst vor einigen Wochen verkündeten die Musketeers die Vertragsverlängerung ihres amerikanischen Star-Linebackers Dawson Dales. Genmarquise und Dales sind ein Linebacker-Duo, das in Europa seinesgleichen sucht. Ein US-Import und ein E-Import. Nummer drei ist passenderweise ein Homegrown-Player, der Franzose Digan Gormis, eines der besten Eigengewächse auf der defensiven Seite des Balles. Schon bei diesem Trio dürften gegnerische Running-Backs einen anstrengenden Job haben. Dazu kommen mit Ali Hayek und Vincent Bouffet, zwei bärenstarke Franzosen in der Defense-Line. Hayek war 2023 Teil der Stuttgart-Search, bevor es nach Paris ging. Bouffet, der 2021 noch ins All-Star-Team der ELF gewählt wurde, fand seinen Weg zu den Musketeers über Stationen bei den Leipzig Kings, Frankfurt Galaxy und Raiders Tirol. Head-Coach Marc Mattioli hat sich für 2024 richtig gutes defensives Personal geholt. Sechs Saison-Niederlagen sollte man in dieser Saison vermeiden können. Vielleicht geht es sogar in Richtung Playoffs. Eins fehlt den Parisern jedoch weiterhin. Ein Defense-Koordinator wurde bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Herzlichen Dank an unseren Aushilfsmasketier Daniel Lerche. Das war es schon fast mit dieser Ausgabe der ELF-News-Song. Klar, es fehlen noch News vom Champion. Ryan Fire hat mit Giacomo De Pauli verlängert. Der 1,88 Meter große und 102 Kilogramm schwere Running Back spielte noch 2022 für Berlin Thunder, bevor er in der vergangenen Saison in Düsseldorf anheuerte. Und ein Spieler wechselt von Köln zur Fire. Rabi Junior ist Defensive Back und konnte in zehn ELF spielen für die Cologne Centurions. 28 Tackle und eine Interception beisteuern. Das war es denn jetzt aber mit dieser Ausgabe. Alle Infos rund um die ELF könnt ihr jederzeit auf football.eu nachlesen. Wenn euch die Show gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal, um keine News aus der ELF mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Eure Football Crew. E.L.F News-Zone. We're Passing Made Football.